ich hätte so gerne einen und mit großem respekt das ist okay ich meine ich wusste aber ich wollte das hier musst du sehen sogar du lässt er mal wirst block respektieren damit ich mich ganz warm und gemütlich fühle ich habe gehört er soll sich die straßen absperren lassen und braucht trotzdem einen tag für das bisschen schotter fahren ganz toll jeder kann was zusammenschneiden auf dem laptop und es wird gut weißt du was musst du sehen um überzeugt zu sein ich mein lass mal die ganze video magie weg was bleibt okay 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 pass auf mal sagen wir wir drehen eine fahrt in einem tag ohne schnitt das ist kein normales jimkana wir zeigen noch mal kens fahrt move move okay du bist verrückt du hast einfach was geht okay eins zwei drei wir nehmen eure entschuldigung dann an bargeld karten ist alles gut ich suche nach plätzen ich melde mich wir rocken das